Hallo Glasindustrie, Marc hier von Glasopenburg und ich kann es kaum erwarten, Ihnen von neuen Produkten zu erzählen, die auf Glasopenburg von der spanischen Firma Ivalam präsentiert werden. Ivalam gehört zu der Pujol-Gruppe und im letzten Jahr haben wir ein Video über die Firma Hornos Industriales Pujol gedreht, die Glaslaminieröfen produziert. Sie können das andere Video hier finden. Ivalam spezialisiert sich auf die Entwicklung von Verbundglas und verwendet dabei EVA und andere Zwischenschichten. Auf Glasopenburg finden Sie eine Reihe von Zwischenschichten, die für verschiedene Zwecke verwendet werden. Zum Beispiel Ivalam Visual, eine EVA Folie mit großartiger Transparenz, hoher Haftfestigkeit und hervorragende Schalldämmung. Ivalam Color ist ein EVA-Produkt, das bei Temperaturen bis 120 Grad ohne Farbveränderungen an der Rände verwendet wird. Dieses Produkt gewährleistet eine längere Farbenhaltbarkeit. Und Ivalam ist eine strukturelle Folie, die für den Einsatz in öffentlichen Räumen, wo eine besondere Sicherheit erforderlich ist, entwickelt wurde. Diese Folie hält große lineare Belastung aus. Ivalam hat noch vier weitere Produkte auf Glasopenburg und wenn Sie daran Interesse haben, können Sie darüber mehr auf glasopenbook.com finden und lesen. Falls Sie die Firma direkt kontaktieren möchten, drücken Sie auf den grünen Knopf Produkt Inquiry. Für heute wäre das alles. Bis zum nächsten Mal. Grüß, Marc von Glasopenburg.